In solchen Zeiten, in solchen Zeiten, da sagt der hessische Ministerpräsident Grein, ich zitiere wörtlich, ich würde das Thema Messerattacken und Sexualdelikte nicht mit dem Thema Zuwanderung und Migration vermischen. Ich glaube, dass es auch gefährlich ist, einen solchen Zusammenhang herzustellen. Und da sage ich euch, dieser Herr Rhein, er lügt ganz bewusst. Er erzählt Dinge, die nicht stimmen. Er will verharmlosen und mit solcher Verharmlosung fördert man die Gewalt in Deutschland, man fördert die Gewalt gegen Deutsche. Herr Rhein, Sie sind eine Schande als Ministerpräsident und es ist allen Menschen zu wünschen, dass Sie es Ihnen wieder werden. Vielen Dank.